Die stellvertretende Sprecherin ist die stellvertretende Sprecherin. Ich bin vom Tierschutzbund Niedersachsen. Andrea, warum bist du gegen Tiertransporte? Alleine schon, dass die Tiere transportiert werden, um dann geschlachtet zu werden, ist ja schon ganz furchtbar. Insofern, ich bin gegen die Massentierhaltung und auch gegen Tiertransporte. Ich würde das natürlich sehr schön finden, wenn das reglementiert wäre. Man könnte ja schon mit kleineren Sachen mal anfangen, dass die Tiere nicht über hunderte Kilometer transportiert werden, dass es Temperaturgrenzen gibt, also es müsste viel mehr überwacht werden. Danke, Andrea. Bitte schön. Okay, jetzt wollen wir uns anmachen. Vielen Dank. Danke. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020